Also mein Name ist Frank Rheinfelder, ich bin Geschäftsführer vom Autohaus Flurstraßen mit Sitz in Essen im Urgebild. Wir haben uns vor einem knappen Jahr den Autologic Tester angeschafft als Zusatz zu den Markentestern, die es eben von Bosch und Gutmann so gibt und mussten feststellen, dass wir mit diesem Gerät doch was die Diagnose betrifft und auch die Fehlersuche doch um einiges besser aufgestellt sind. Mit dem Autologic sind wir in der Lage, was die Marken BMW, Mercedes und VORG betrifft, eine viel nachhaltigere Diagnose zu betreiben. Ich habe auch hinten aus der Werkstatt von den Jungs die Rückmeldung, dass eben eine richtig gute Anschaffung gewesen ist für uns. Guten Tag, mein Name ist Milan Russel. Ich arbeite seit sechs Jahren in der Autohaus Flurstraße und habe mit verschiedenen Diagnosen-Tester meine Erfahrungen gemacht. Seitdem wird das Sitzplus-System von Autologic haben sich Arbeitsabläufe und Kodierungsarbeiten eindeutig verbessert.